Die Promi-News des Tages im Gala Ticker Sarah Engels teilt überraschendes Foto mit Baby Solea Die Promi-News des Tages im Gala Ticker 21. März 2022 Sarah Engels Erstes richtiges Foto mit Tochter Solea Es ist eine zuckersüße Premiere, Sarah Engels, 29, zeigt ihre Tochter von vorn und in Gänze. Die kleine Maus scheint sich auf Mamas Armpudel wohl zu fühlen. Punkt. Mit strahlenden Augen und in einem süßen Kortkleidchen lächelt Solea in die Kamera. Auch Sarah Engels Augen leuchten. Einer, der das Babyglück ebenfalls teilt, ist der stolze Vater. Julian Engels, 28, hat das Foto seiner Lieblingsmädels gemacht und könnte nicht seliger sein. Mit den Worten meine Mädels Ich trage euch für immer, kommentiert der Fußballer den goldigen Schnappschuss. Den Fans des Sportlers fällt beim Anblick des kleinen Mädchens vor allem eins auf, sie sieht aus wie du. Krass. Die Promi-News der vergangenen Woche. Haben sie die Promi-News verpasst? Dann hier entlang zu den Promi-News der vergangenen Woche. Die 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 Promi-News der vergangenen Woche.